Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum exklusiven Open-Air-Konzert von Peter Maffay als Auftaktveranstaltung des Heimattages der Siembürger Sachsen in Deutschland. Herzlich willkommen zum Heimattag. Die Siembürger Sachsen sind die Deutschen aus Rumänien, die heute in der ganzen Welt verstreut leben. Siebenbürgen ist als Transsilvanien besser bekannt. Was machen wir hier? Wir verbinden Menschen über Generationen und über Grenzen. Nichts anderes macht Peter Maffay mit seiner Musik. Und deswegen gibt es keine bessere Auftaktveranstaltung zum Heimattag als ein Konzert von Peter Maffay. Durch Ihre Teilnahme bei diesem Benefits-Konzert haben Sie nicht nur viel Spaß, sondern Sie tun etwas Gutes. Der Ertrag des Konzertes kommt einem Kinderprojekt in Siebenbürgen in Radeln zugute. Radeln, Schutzburg für Kinder, dort finden die ein Zuhause, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Dass Sie durch Ihre Teilnahme bei diesem Konzert dafür etwas Gutes tun. Dankeschön! Der Heimattag geht über drei Tage bis Montag. Wir laden Sie herzlich ein, auch anschließend dabei zu sein. Jetzt gebe ich aber weiter an den Gastgeber, Herrn Oberbürgermeister Dr. Christoph Hammer, mit einem besten Gruß nach Dinkelsbühl. Sehr geehrter Herr Bundesvorsitzender Dr. Fabritius, lieber Bernd, der sind Bürger Sachsen. Ich darf Sie auch alle ganz herzlich begrüßen. Herr Bundesvorsitzender Dr. Fabritius, normalerweise kennen wir ihn entweder in simbürgischer Tracht oder korrekt gekleidet mit Anzug und Krawatte, heute in Lederjacke. Toll! Es freut mich sehr, dass Sie nach Dinkelsbühl gekommen sind und dass wir es geschafft haben mit Peter Maffay, die Simbürger Sachsen und die Dinkelsbühler. Diejenigen, die Peter Maffay schätzen und die letztendlich dem Karpatenbogen verbunden sind, heute hier auf der Schwedenwiese in Dinkelsbühl zusammenzuführen. Das ist einfach klasse! Es freut mich, dass Peter Maffay es zugelassen hat, dass seine Dinkelsbühler Nachwuchsband, nämlich Wegweiser, sie eingestimmt hat. Die haben sich total gefreut, vor dieser Kulisse zu spielen. Das werden die in den nächsten 30 Jahren nicht vergessen, wie sie heute hier gestanden sind. Ich danke mich bei Ihnen. Und als Oberbürgermeister darf ich Ihnen sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass ich nochmal hier stehen werde und so viele Menschen begrüßen darf auf der Schwedenwiese, ist gleich null. Ich werde diesen Tag heute sehr genießen. Abschließend darf ich noch mit einem Spruch aus der Boxerwelt, der hieß, say never come back. Bei Peter Maffay stimmt das nicht. Erstens war er nie weg und zweitens war er Anfang der 90er Jahre bereits zu einem großen Konzert in Dinkelsbühel. Ich freue mich riesig, dass er wieder nach Dinkelsbühel gekommen ist. Das ist ein Highlight für unsere Stadt. Ich wünsche Ihnen allen einen wunderschönen Abend. Herzlichen Dank, dass Sie da sind. Und jetzt, lasst es krachen! Racken wir! Racken wir auch noch! Racken wir auch! Vielen Dank.